Es geht um Ihren Energiesparplan. Gut. Schön, sehr schön und sehr gut fürs Image unserer Firma. Macht sich ja ein Mords-Eindruck auf die Ökos. Aber die Leute, denen ich das verkaufen muss, stehen nun mal nicht auf Müsli. Jetzt mal Klartext. Warum soll ich das unterschreiben? Der Plan kann unsere Energiekosten um 40% senken. Und dabei noch CO2 sparen. Wir geben 18 Millionen Euro jährlich für Energie aus. Wo soll ich unterschreiben? Don't know.